hallo in die runde hallo alle die hier zuschauen und wieder auch zu hören vielmehr hier aber unserem podcast immer im tag herzlich willkommen zu diesem montag zu diesem montag ausgabe und wir haben wieder ein thema mitgebracht was man durchaus durch die ganze gesellschaft geht und man sich darüber gedanken machen sollte es ist ja viele themen die die menschen hier bewegen aber heute wollen wir mal besprechen letzte woche beziehungsweise die letzten zwei wochen hatten wir das thema wie sieht es aus mit einer rente oder immer mehr und mehr menschen wandern aus weil sie hier das spiel durchgespielt haben und woanders ihr glück finden wollen und sehen auch jeder zukunft verbringen wollen aber wie sieht es denn aktuell aus noch mal runtergebrochen die wirtschaftliche lage thema firmen insolvenzen da habe ich immer was auf der zunge vor allem der hrg-konzern was da gerade so alles abläuft und vor allem darauf wollen wir heute ganz spezifisch eingehen burnout und psychische belastung im alter wir sind nicht die best äger wir gehen auf die 40 zu also ich zumindest ist es egal man spricht nicht über das alter aber ja wenn du jetzt hier kein jungspund bist wie sehen deine zukunftsaussichten aus wird dein job wegrationalisiert und 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 das haben wir uns heute mal zum thema gemacht oder machen das zum thema und wollen mal ein bisschen darüber sprechen wie wir das ganze sehen natürlich immer aus unserer perspektive ich habe auch ein paar zahlen mitgebracht ja zahlen daten fakten ich weiß es gibt immer ein paar freaks und was weiß ich nicht die das wissen wollen und auch brauchen und was validieren möchten aber genau soviel dazu let's go was hast du zu sagen wie steigen wir ein was bringst du mit ja meine intention zu dem thema ist einfach die wir reden oft immer über die generation z wir reden über junge menschen wir reden über mamas wir reden immer über die themen aber was ist denn mit den menschen die einfach schon gefühlt oder nicht nur gefühlt die schon 30 jahre in ihrem berufsleben sind und sage ich mal dies ja auch nicht einfach haben also man spricht immer so wenig über diese altersgruppe aber ich glaube die altersgruppe ist wirklich entscheidend weil es ist einfach so es ist noch zu früh um in rente zu gehen aber es ist im prinzip also im prinzip im normalen in der normalen wirtschaft zu spät um karriere zu machen heutzutage ist immer wichtig bei allen bewerbungen du musst jung dynamisch flexibel sein und vor allem studiert und berufserfahrung haben also die kriterien die so gut wie keiner erfüllen kann aber lieber jung weil klar wenn du jung bist bist du günstig du fängst mit einem anfängergehalt an die die jetzt schon 35 jahre in der firma arbeiten sind natürlich steuer weil die haben schon die höchste gehaltsstufe die haben aber ihre gewisse erfahrung die lassen sich natürlich auch nicht mehr mit allem wie soll ich sagen motivieren bespaßen oder verbiegen die haben einfach schon ihr standing die haben ihre berufserfahrung meistens können sie die tätigkeit die sie tun besser als ihr chef weil sie es einfach schon über jahre hinweg tun und die beste produktivste variante rausgefunden haben natürlich hat man mit mitte 50 oder auch schon früher oder natürlich auch später vielleicht auch schon mal das ein oder andere wehwehchen es hat sich vielleicht schon mal jemand bein gebrochen oder den arm vielleicht hatte man einfach auch schon mal eine kur vielleicht hat man eine diabetes oder keine ahnung irgendwelche themen oder mit dem rücken probleme das heißt man war vielleicht auch schon mal sechs wochen krank weil man einfach nicht weil man keinen bock hatte sondern einfach weil man gesundheitlich sich zu tode geraggert hat weil die generation ist meistens die die schon mit 14 angefangen hat zu arbeiten die mit 15 die lehre begonnen hat und es sich dann hochgearbeitet hat durch praktische erfahrung durch seminare vielleicht noch mal hier ein handelsfach wird gemacht da noch mal den meister gemacht technikermeister was weiß ich meister der chemie oder weiß der kuckuck was kfz meister weiß der geier und die generation hat ein unheimliches know how lässt sich natürlich nicht von irgendeinem jungspund chef an der nase rum führen und es ist natürlich schwerer jemand der schon länger im job ist zu führen wie jemand junges was aber natürlich dann wieder ausmacht bist du eine gute führungskraft oder eben nicht meine mitarbeiter waren alle mitte 50 aber im endeffekt ja was ist denn mit der generation das ding ist klar oftmals sind die diejenigen die am meisten psychisch belastet sind weil sie nach und nach aus ihrem job raus gemobbt werden und das kann ich so sagen wie es ist weil das haben wir selber auch im beruf erlebt wie gesagt wir gehören nicht zu dieser generation aber man hat ja augen und ohren und man sieht ja wie mit menschen umgesprungen wird und vor paar jahren ich glaube vor zehn jahren oder so gab es da schon mal oder immer mal gibt so ein wind wo man einfach alte loswerden will weil ja die haben so viel krankentage die sind immer so produktiv die verdienen so viel geld die kann man immer biegen die kann man immer dies die kann man immer das wir kennen alle diese coaching seminare und ja man muss gucken was man mit denen macht das sind natürlich dann die kandidaten die prädestiniert dafür sind dass sie zum betriebsrat gehen und man sich dann wundert warum die leute so quer schießen weil es einfach nicht in ordnung ist und auch wir alle werden in dieses alter kommen und auch wir alle wahrscheinlich ich meine wir arbeiten daran dass es nicht so sein wird aber wahrscheinlich werden wir sogar mit 70 noch arbeiten und noch viel schlimmer unter diesem thema leiden und wenn ich jetzt mal als frau denke dann ist es so eine sache wenn du als frau sage ich mal so mit ende 20 die kompletten 30er über neuen job suchst dann bist du immer schwierig weil du könntest ja demnächst schwanger werden wenn du dann sage ich mal deine kinder schon hast dann bist du schwierig weil du hast kinder und da bist du nicht mehr so flexibel das heißt eigentlich sage ich jetzt mal so wäre es ja ab 50 richtig gut als frau dann wieder aber da bist du schon alt da gehst du schon auf die rände zu also am besten gehst gar nicht mehr arbeiten dann also manchmal könnte man so meinen wenn man so die jobprofile durchschließt oder so mitbekommt was die arbeitgeber wollen und ja das ist einfach ein super schwieriges thema aber die leute sind im moment wie dommer sagt dazu gezwungen eventuell sich in dem alter wo man sich eigentlich schon so langsam auf die letzte phase also auf seinen wohlverdienten ruhestand vorbereitet sind die leute gezwungen sich noch mal neue arbeit zu suchen weil einfach die stellen immer mehr abgebaut werden aber nicht nur abgebaut weil meistens ist es die generation die man nicht rausschmeißt auf gut deutsch gesagt weil die einfach zu viel abfindung bekommen würden oder zu viel verdienen aber wenn die firma insolvent geht oder zumacht dann verlieren eben auch die einen job und brauchen einfach eine neue stelle weil für die rente reicht es einfach noch nicht ja es gibt immer solche und solche also nicht jeder der auch schon lange in betrieb ist hat man auch schon miterlebt ja mitbekommen ehemaliges kollegium und sowas die einfach mit geschleift wurden weil sie halt eben da sind nicht unbedingt leistungsträger waren ja aber vor allem sehe ich es halt immer oft aus der perspektive wenn man dann ältere arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen erschassen will das ist ja auch irgendwo immer know how abfluss ja wo kriege ich das know how her ja heutzutage musst du kommst du auf die welt und hast am besten schon 15 jahre erfahrung in deinem job obwohl du erst noch neu geboren bist also die 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 auch hier wieder die marktzutrittschranken ja in deinem job in deinen lieblingsjob was du dir vorstellst ja was du gern machen würdest sind extrem hoch wie soll man das ganze betrachten ein studium also man bekommt ja regelmäßig ein paar job profile zugespielt und sowas es ist mittlerweile für mich nur noch gefühl dass schwachsinn für telefonakquise brauche ich kein studium also mal jetzt mal ganz blöd gesprochen also das ist jetzt also jeder job hat wert jeder job hat einen mehrwert jeder job macht ja erwirtschaftet ja irgendwas egal auch wenn du für die raumpflege zuständig bist jeder jemand hat ja was davon ja und noch mal ich brauche für studium kein für für telefonakquise job brauche ich kein studium da muss ich nicht mein bachelor mein master gehabt gehabt gemacht haben um irgendein telefonskript auswendig zu lernen und dass ich da halt eben kaltakquise oder oder warmakquise mache irgendwie das ist totaler bullshit und jeder arbeitnehmer dass ich das in das profil rein schreibe da hat es ja eh nicht mehr alle so aber worauf ich zu sprechen kommen will wir haben ja viele ängste die geschürt werden aber die auch reale sind ich habe hier ein paar aktuelle zahlen vom letzten jahr also aktuell ist relativ von 23 statistische bundesamt gab es und da haben sie sich ja die zahlen auch schön gerechnet während der pandemie zuschüsse gab es ja weniger insolvenzen genauso wie sie uns ja auch mit der mit der mit der tatsächlichen inflationsrate ja auch immer veräppeln ja gesehen auf die letzten vier jahre natürlich was für einen betrachtungszeitraum nimmst du und er ist halt bei zwei prozent sondern bei über 20 prozent inflation geldentwertung aber auch hier haben sich das schön gerechnet während der pandemie aber jetzt letztes jahr gab es über 8400 unternehmen die insolvenz angemeldet haben das ist ein anstieg im vergleich zum vorjahr von 16,2 prozent und da sind die ängste ja drin ein vhg konzern wo ich vorhin gesagt habe ja durch die aktionärsversammlung und aktionärsausschüttung ja die gewinndividenden die haben da anscheinend ein ganz anderes thema ja können wir später noch aufdröseln aber auch hier die besonders betroffenen branchen das ist jetzt nicht der trader der hier am pc hockt und irgendein etf was weiß ich bedient und keine ahnung irgendwo hier gerade drauf wettet betroffene branchen möglich da wo jeder was davon hat einzelhandel ja jeder muss einkaufen egal wo gastronomie natürlich auch ein riesengroßes gewerbe aber auch vielleicht die hotellerie ja und das gastgewerbe wenn man urlaub macht beispielsweise baugewerbe ohne bauen funktioniert hier gar nichts ja keiner zieht hier die brücke im bundestag im neuen kanzleramt ne und teile des verarbeitenden gewerbes diese branchen stehen unter druck durch die steigenden energiekosten inflation und verändertes konsumverhalten und noch mal wer mir sagt die energiekosten wären ja so toll hier in deutschland warum haben wir die vielen insolvenzen warum haben wir die unternehmen die abwandern natürlich gibt es immer wieder die statistiken die sagen leute fangen neu an leute machen ein neues geschäft auf leute fangen neues solo selbstständig an und 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 ja aber genau das ist doch der treibende faktor da braucht mir auch keiner erzählen wie viel erneuerbaren energien wir haben und 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 die ganze transformation kostet uns ich sage so wie es ist auch irgendwo menschenleben ja menschenleben existenzen vielmehr ja in dem halt eben jobs wegfallen wegrationalisiert werden auch hier zukünftig vg konzern allein durch die transformation die unternehmen nicht stattfindet oder stattfinden muss thema e-autos thema verbrenner und 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 auch die digitalisierung mir kann doch keiner erzählen dass die digitalisierung hier in dem land so schwer vonstatten geht ja ich kapiere es bald nicht mehr ja da haben wir wir haben probleme mit mit leitung mit internetverbindungen hier auch damals schon mit dem helmut kohl was der initiiert hat oder halt eben auch nicht initiiert hat ja mit seiner glasfaser und keine ahnung dsl was weiß ich was der alles verbockt hat und gar nicht in die auf die reihe gebracht hat weil er das gar nicht so gesehen hat auch neulich ich merke ich peter mich hier wieder rein interview von olaf scholz olaf scholz sagt im tv war allen ernstes dass er sich als alleiniger retter ansieht dass er das alleine hier alles wuppen kann und es geht nicht ohne ihn ja aber ganz ehrlich ich mache für keinerlei parteien werbung für mich ist das alles gleiche die einen sind haben eine rote farbe und schwarze und blau für mich ist alles selbe ja die tun sich alle in die eigene tasche wirtschaften aber nächstes jahr wird abgerechnet ja oder auch schon auf bundesebene wird ja auch schon abgerechnet aber hier was sind das für zahlen oder auch hier ein thema burnout wo man das auch noch bevor ich mich hier wieder äh in welchen äh äh sätzen vergreifen kann die jenny gleich ein bisschen weiter talken die dhk 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 so rum gesundheit von 20 23 berichten dass über neun prozent der arbeitnehmer in deutschland unter starkem burn out symptom leiden litten ja beziehungsweise halt eben da wirklich bedarf besteht ja das quasi burn out kommt ja nicht von von jetzt auf gleich das ist ein schleichender prozess meistens ja bei arbeitnehmern über 50 jahren sind die werte besonders hoch da sie oft zusätzlichen druck durch längere arbeitszeiten hohe verantwortung und zunehmend gesundheitliche probleme spüren bäm ja das das genau das ist es doch und da reden wir doch nicht von 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 irgendeinen blau gefärbten haare ja die das sich dann im internet reinhocken und sagen sie wissen nicht wie sie von 9 to 5 arbeiten da haben sie keine Zeit für ihre hobbys oder für ihre freunde das sind ja das sind ja reelle probleme das andere ist ja einfach nur eine einstellungssache ja das ist auch oftmals eine organisationssache aber hier ständig überstunden machen zu müssen ja ständig der verantwortliche sein zu müssen vielleicht auch unterbezahlt zu sein ja oder krankheit nicht auskurieren zu können oder auch themen themen aus der kindheit die einem ja so zum erwachsen ja zum erwachsen sein oder ins erwachsene alter mit mitgenommen hast ja das sind ja alles so 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 dinge die hier beachtet werden müssen es haben ja hier noch psychische erkrankungen zu denen auch burnout zählt sind inzwischen die zweithäufigste ursache für krankschreibung in deutschland ja und ich rede auch nicht ah man wochenende zu viel getrunken und jetzt mache ich mal ein bisschen länger ausschlafen noch den montag und den dienstag oder wenn mir jemand quer kommt nein das sind dann tatsächliche zahlen im jahr 20 22 entfielen etwa 17 prozent aller krankheitstage auf psychische probleme 17 prozent ja also aber bitteschön ich gebe mal den den pass hier weiter ja das ding ist man ist vielleicht dann auch einfach in einem alter wo man einfach körperlich wirklich nicht mehr kann du hast gerade gesagt handwerker ich weiß nicht wie lange man fließen legen kann also bis die bandscheibe am arsch ist bis die knochen die knie kaputt sind ich glaube das passiert schon viel viel früher das ist die eine sache dann muss man dazu sagen mit mitte 50 sind viele gerade großeltern geworden die wollen natürlich auch irgendwo ihre zeit mit den enkelkindern verbringen dann muss man dazu sagen ist es vielleicht auch einfach schon so dass man eltern hat die ein gewisses alter haben die pflegebedürftig sind also das heißt man hat einfach auch familiär mehr verpflichtungen wie als junger dynamischer 20 jähriger wo alle noch gesund und fit sind und man noch keine kinder hat also man hat einfach irgendwo da auch eine soziale verantwortung gegenüber seiner familie zu tragen und ist deswegen vielleicht auch einfach nicht mehr so flexibel wie man es gerne wäre aber das ding ist auch diese pflege muss ja getan werden also das thema kinderbetreuung ist ein schwerwiegendes thema in deutschland da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen also überhaupt job und kinder unter einen hut zu bringen aber dann auch das thema alter also pflege im alter auch da muss man natürlich gucken wie sieht es finanziell aus also erstens will man seine eltern wahrscheinlich überhaupt gar nicht ins pflegeheim geben weil man einfach die zustände kennt da haben wir ja letzte woche drüber gesprochen aber vielleicht kann man es auch einfach nicht weil einfach dieses pflegeheim dreieinhalb tausend euro monat kostet gut man kann auch in die tagespflege gehen aber auch das kostet sein geld und vielleicht haben die eltern einfach waren die nicht so dass die wirklich sagen die können sich das jetzt ewig lange leisten und wenn man aber eltern hat die zum beispiel eine demenz haben dann wird es echt schwierig weil da muss man einfach gucken wie bekommt man job und diese ganzen situation unter einen hut und dann haben wir noch nicht davon gesprochen dass man vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen freizeit braucht und vielleicht auch mal ein bisschen sport für sich machen sollte oder irgendwie zeit haben sollte um sich zu regenerieren um überhaupt produktiv sein zu können und die leistung zu bringen die erwartet wird also das ist ja auch wieder ein schwieriges thema weil natürlich ist jemand junges viel flexibler über beim einsatzort wobei man dazu sagen muss heutzutage möchte keiner mehr wegen dem job wegziehen also so gut wie keiner außer es ist jetzt so dass derjenige sowieso wegziehen möchte und sucht dort einen job ja also die zeiten sind sowieso schon vorbei aber gerade im alter hat man die möglichkeit nicht also zum beispiel wir haben bekannten da ist es jetzt so dass das ja die firma mit also der chemie konzern mit den vier großen buchstaben immer mehr abbaut und ja also da wurde dann die aussage getätigt naja also wir brauchen ja in china auch leute also was soll das jetzt heißen soll ich jetzt meine familie einpacken und soll nach china gehen mit einem kind wo noch zur schule geht also das ist ja auch verrückt das kommt ja auch noch dazu die kinder sind in der schule und sonst was also da ist man einfach nicht mehr so flexibel und dann ja eine fernehe führen aber gerade in dem alter hat man vielleicht keinen bock eine fernehe zu führen beziehungsweise muss man auch dazu sagen je älter man wird desto mehr denkt man natürlich drüber nach dass irgendwann das stündchen für jeden geschlagen hat und man möchte ja gern mit seinem partner sein und wenn ich schon bei partner bin kann das ja auch sein dass mein partner einfach gesundheitliche leiden hat wo ich einfach auch irgendwo eine verantwortung habe da zu sein also wie kann ich das alles unter einen Hut bringen aber auf der anderen seite brauche ich natürlich auch das Geld weil wenn man sich natürlich anguckt wenn man die Eltern pflegt wie es dazu geht in der Pflege dann wird einem natürlich auch immer bewusster das was man nicht möchte und dass man nicht von vielleicht Pflegern abhängig sein will aber dafür braucht man auch wieder Geld um sich selber seinen letzten Lebensabschnitt zu sichern sage ich mal also es ist wirklich es ist tatsächlich wirklich ein schwieriges Thema wenn man in dem Alter einfach nochmal einen Job suchen muss und leider Gottes so schlimm wie es klingt müssen das jetzt wirklich viele also es ist einfach nicht mehr wie vor 50 Jahren dass man sagt ich habe mit 16 meine Lehre gemacht in dem Unternehmen und gehe dort in die Rente so ist es überhaupt gar nicht mehr für unsere Generation sowieso gar nicht mehr denkbar also ich glaube ich kenne überhaupt niemand der noch in seinem Ausbildungsbetrieb arbeitet aber für die Generation sage ich mal Mitte 50 plus war das noch eigentlich noch so eine Generation die gesagt hat das machen wir so aber die können es gar nicht mehr weil wie gesagt wahrscheinlich die Unternehmen das gar nicht zulassen oder auch Thema also in den 90er Jahren so hoch gekommen bis Anfang 2000er Leasing Arbeitnehmer Leasing Gesellschaften die Arbeitnehmer halt eben angeworben haben und dann entsprechend weitergeleased so blöd wie es klingt an die Firmen weitergegeben haben waren die größten Verbrecher damals so hieß es das ist nicht meine Aussage sondern vielmehr so der O-Ton Arbeitnehmer ausbeuten Stundenlohn einbehalten dies, das Sozialversicherungsbeiträge ist alles vieles passiert aber heutzutage ist es ja auch Gang und Gebe du kommst ja quasi gar nicht mehr irgendwo richtig rein ohne dass noch eine Firma zwischengeschaltet ist aber auch hier nochmal einen dritten Punkt hier aufzunehmen die Alternative Belegschaften der Arbeitsmarkt generell die Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer die Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen in Deutschland liegt laut Eurostat 2023 bei etwa 72% dies ist im EU-Vergleich überdurchschnittlich und zeigt dass immer mehr Menschen auch im höheren Alter noch arbeiten und das ist ja genau das was wir auch schon im letzten Podcast hatten ciao mit deiner Rente beziehungsweise wie lange müssen wir denn mal hoch und klar wir werden ja alle älter durch medizinische Versorgung und 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 aber bist du dann wirklich egal was die Zahl jetzt sagt dass du älter wirst aber wie wirst du denn überhaupt älter ja also es gibt immer mehr Leute mit Problemen Bandscheiben also die ganzen zivilisatorischen Krankheiten nicht nur dass wir älter werden die meisten werden auch älter mit mit zivilisatorischen Krankheiten ganz einfach ja die Zahl älterer Arbeitnehmer die bis zur Regelaltersgrenze von 67 Jahren arbeiten steigt ebenfalls auch aufgrund von Anreizen wie der Flexi-Rente ja ist ja alles toll Langzeitarbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmern allerdings sind auch ältere Arbeitnehmer überdurchschnittlich häufig von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen warum du wirst immer unattraktiver für den Arbeitgeber dich anzustellen egal nochmal egal was für einen tollen Lebenslauf du hast ähm was für eine Expertise du mitbringst vielleicht hast du auch ein Kundenportfolio wenn du im Außendienst bist die du das mitbringen kannst aber der Arbeitnehmer kalkuliert ja immer wie lange bleibt denn der noch bei mir Jenny hat es vorhin auch gesagt ist der krank ähm äh hat der körperliche Gebrechen Leiden irgendwas ne also ich sag mal so wenn man die Bundesagentur für Arbeit berichtet dass etwa 37% der Arbeitslosen über 55 Jahre Langzeitarbeitslos sind Stand 23 also ich sag mal dazu wenn man einfach mal in so einem Personalgespräch mit drin sitzt ne dann ähm ja die meisten wollen das nicht hören aber wir sind eben alle nur eine Nummer und jetzt bin ich halt Betriebswirt und da ist es halt einfach so es geht um die Produktivität es geht um die Zahlen und da interessiert meistens das Individuum nicht sondern man guckt sich wirklich die Personen an aufgrund verschiedener Kennzahlen die das Unternehmen verlangt und das ist halt Krankheitstage Lohn ähm Alter vielleicht und 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 das sind die Gespräche tatsächlich so das kann ich euch versichern ja und äh ja wenn ein jemand loswerden will würde ein immer los das kann ich euch auch versichern klar nicht unter nicht zu jedem Preis ne da gehört einiges noch dazu an Verhandlungen die man dann führen muss natürlich kann man klagen aber das ist auch schon wieder der Punkt die meisten halten es ja gar nicht aus zu sagen sie klagen gegen den Arbeitgeber weil sie es psychisch gar nicht aushalten ähm das kommt dann auch nochmal dazu aber was auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor ist ist der dass die meisten ja einfach ähm heutzutage jetzt schon wie Dommer das bei letzte Woche auch gesagt hat einen Zweitjob brauchen weil das Geld aus dem Erstjob einfach nicht mehr reicht die Frage ist wenn die Leute dann in 10 oder 8 oder 5 Jahren in Rente gehen reicht denn dann die Rente oder muss wirklich noch dieser Rentenjob gemacht werden und ich kenne ganz viele die wirklich noch äh sich so einen Rentnerjob suchen vielleicht auch aus Hobby weil sie nichts anderes zu tun haben aber mit Sicherheit auch weil die Rente einfach nicht ausreicht und die Frage ist möchte man dann in der Rente ähm als Wagenschieber arbeiten oder als Regaleverräumer oder an der Kasse nochmal irgendwo oder an der Kinokasse von mir aus oder weiß der Geier wo ähm nochmal sitzen in der Rente oder hat man sich die Rente anders vorgestellt dass man mal das machen kann was man selbst machen möchte dass man sich vielleicht nochmal einen Hund kauft oder eine Katze dass man sich vielleicht um die Enkel kümmert oder hat man sich gedacht dass man diesen Rentnerjob macht ist die Frage also was möchtest du dann halt also ja was möchtest du dann für einen Job tun und ähm deswegen muss ich sagen es ist bei uns natürlich das Beste die beste Möglichkeit dass man einfach sagt Mensch man baut sich jetzt schon was nebenbei auf wo man einfach während der Rente noch weitermachen kann wo einem Spaß macht wo man einfach flexibel ist kann von zu Hause aus arbeiten kann aber auch von Spanien aus arbeiten wenn man sagt man kauft sich am Lebens beim letzten Lebensabschnitt eine Finca in Spanien man kann so viel arbeiten wie man will das ist einem selbst überlassen und man hat einfach nochmal eine Sicherheit die man sich heute eher einfach schon erarbeiten kann ja mir braucht auch keiner sagen ähm ja dann musst du halt eben 20.000 Versicherung abschließen damit du gut in die Rente gehen kannst machen wir uns nichts vor wir werden ausgeraubt auch hier also ausgeraubt im Sinne von die Doppeltbesteuerung also du wirst ja eh schon besteuert und dann deine Rente wird nochmal besteuert und so weiter und so fort das Fass machen wir jetzt nicht auf aber auch hier Altersarmut ist wachsend so wir haben bis 2030 waren die letzten Zahlen knapp 23 Millionen Rentner Rentner Rentenbezieher und jetzt auch einmal kurz angeschnallt davon wird bis 2030 2030 sind noch mit Gutdünken fast 5 Jahre eigentlich 5 Jahre 20% aller Rentner werden von Altersarmut betroffen sein so das ist ein roundabout über den Raum gebrochen fast 4 Millionen Menschen 4 Millionen Menschen so viel Einwohner hat Kroatien nur als 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 Vergleich ähm und bitte ja natürlich es ist halt es ist kompletter Wahnsinn zu denken ähm dass 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 da noch irgendwas funktioniert du musst ja proaktiv was machen und damit meine ich nicht wie ich eben schon sagte 20.000 Versicherungen abschließen sondern du musst wirklich die Hände und die Füße alles 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 in Bewegung setzen dass du dir was aufbaust und natürlich hat die Jenny komplett recht und da haben ja auch viele auch schon schon reagiert und sind ins Ausland abgewandert ähm suchen ihre ihre Rente ihre letzten Tage wenn man so sagen will aber da ist ja halt auch wieder die Sache wenn du ins Ausland gehst und hast nicht wirklich viel Geld wie ist die gesundheitliche Versorgung ne also ich sag mal die medizinische Versorgung ist ja hier immer noch sag ich mal besser wie in manch anderen Ländern das ist natürlich auch was wenn du irgendwie so an einer Langzeitkrankheit leidest weißt der Geier Morbus Chrom oder Moment mal da muss ich mal kurz komplett reingrätschen die haben doch diese Woche wurde da irgendwas beschlossen der Lauterbach hat wieder gesagt ähm ähm Krankenhausreform Gesundheitsreform dies das ne die schließen hier in der Umgebung ich bin mir immer so das war im SWR Funk war das ähm machen die aus ähm machen die aus ähm 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 also wo sie OPs gemacht haben ja da machen die aus diesen Krankenhäusern machen die Ambulanzen wo du mal kurz hingehst damit du abgewiesen wirst oder sowas lauter so komischer Kram haben die beschlossen die machen nichts Gutes die werden immer noch weiter rationalisieren ich glaube das Thema Gesundheitsversorgung wird langfristig bei uns in Deutschland auch nicht mehr so gegeben sein wie wir es kennengelernt haben auch groß geworden sind deswegen ist es ja umso wichtiger dass man heute schon was für seine Gesundheit tut und guckt dass man ordentlich supplementiert und guckt dass man gesund bleibt ist immer noch günstiger wie wenn man krank ist für die Krankheit zu bezahlen aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus ich wollte ich muss jetzt erstmal denken auf was ich hinaus wollte weil mir ja reingekrätscht wurde ja das tut mir leid mir lag selber auf der Zunge ja so wie immer dir das auf der Zunge liegt und du dann immer mal schnell reingrätschst oder oder willst du kurz noch nachdenken weil ich hab ja nein ich möchte nicht mehr nachdenken ich will jetzt was sagen ähm und zwar das Ding ist und das wird ja immer deutlicher dass man im Endeffekt als der gelobte Mittelstand den wir mal in Deutschland hatten einfach der Gelackmeierte ist und das ja einfach so nimmer sein wird weil entweder ich meine das ist generell so nicht nur im Alter aber entweder bist du am besten im Alter arm und hast gar nichts klar dann redet man zwar von der Altersarmut und von den Rentnern die dann Flaschenpfand sammeln müssen aber man muss dazu sagen wenn du nichts hast zahlt natürlich der Staat deine Wohnung deinen Pflegeaufenthalt das ist natürlich nicht luxuriös und nicht anstrebenswert aber es ist so wenn du natürlich reich bist dann kannst du dir das leisten was du gerne möchtest am besten eine Pflegerin in der Villa oder in der Finca in Spanien und lässt dir deinen Arzt noch einfliegen wenn du aber zu dem Mittelstand gehörst und Mittelstand ist weit gefächert dann kommen ja auch noch so Dinge dazu dass du wahrscheinlich zu einer Generation gehörst die noch auf jeden Fall Eigentum hat also man hat ja wenn man so Mitte 50 ist dann hat man ja immer beigebracht bekommen Häusle baue Kind und das Haus mit Sicherheit dann auch schon abbezahlt zur Rente und man denkt ja es hat man ja extra so gemacht dass man keine Miete zahlen muss und überhaupt ja aber so ein Haus verursacht auch laufende Kosten und der Staat krätscht uns ja auch da ständig rein von wegen ja jetzt müssen die Fenster so und so sein die Heizung muss so und so sein alles Klima gerecht dann ist manchmal die Frage okay mach ich mir Solarzellen aufs Dach aber zum Beispiel mein Opa der sagt es rechnet sich ja schon gar nicht mehr für ihn diese Solarzellen drauf zu machen aber bis die sich amortisiert haben lebt er vielleicht schon gar nicht mehr toi 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 aber trotzdem also man ist in so einer Zwickmühle wo man einfach im Haus jeder der ein Eigenheim hat weiß das einfach super viel investieren muss vielleicht muss mal das Dach neu gedeckt werden jetzt denken manche ja ich hab mich abgesichert ich hab ein paar Immobilien aber auch diese Immobilien wenn du die vor 20, 30 Jahren gekauft hast sind in die Jahre gekommen nicht nur dass das sowieso normale Instandhaltungssachen sind sondern wie gesagt der Staat kretscht uns ja rein wir müssen gucken dass die Fenster isoliert sind dass die dicht sind das Dach muss isoliert sein die Heizung muss auf einem Energielevel sein dass das Ganze passt also da kommen ja Unsummen an Kosten auf uns zu also erstens kriegt man ja gar keine Handwerker das heißt die können natürlich auch ordentlich bei ihren Preisen draufschlagen weil die Teile die man dafür braucht sind ja jetzt auch nicht so dass die überall rumliegen sag ich mal zum Reparieren und ja da muss man auch erst mal Termine bei den Handwerkern bekommen das heißt hier entstehen ja Summen im weit fünfstelligen Bereich und das muss man ja auch alles abdecken können und puffern können gerade wenn man in der Rente ist und eigentlich keinen Zuverdienst mehr hat also auch das ist ja keine man kann sich ja auch nicht mehr darauf beruhen und kann sagen das ist eine super sichere Variante dass man Eigenheim hat oder Immobilien ich meine natürlich ist es besser wie wenn man gar nichts hat um Gottes Willen braucht man nicht drüber schreiten aber wie gesagt die Kosten die da auf einen zukommen sind auch immens und oftmals ist es dann so dass die alten Leute ja gerne ihrer nächsten Generation etwas vererben möchten aber kannst du noch was vererben wenn du vielleicht dein Eigenheim verkaufen musst um sag ich mal deine medizinische Versorgung oder deine Betreuung im Alter zahlen zu können das ist ja auch das also was willst du dann überhaupt vererben Schulden vielleicht also dann lieber die Kinder vorwarnen dass sie das Erbe ausschlagen das ist halt so die Frage und kreditwürdig ist man ja auch nicht mehr wenn man Rente hat also das heißt wie soll man das wirklich zahlen also wie soll man die Rechnungen von so einem Bauträger dann zahlen sage ich mal wenn man einfach sowas hat und das Schöne wiederum sage ich mal bei unserem Geschäft ist das kann man vererben also das was ihr euch heute auch aufbaut für eure Rente könnt ihr auch an eure Kinder und Enkelkinder vererben und das ist doch mal der größte Mehrwert überhaupt ja ich habe jetzt noch ein paar Randnotizen da kann ich einem nur zupflichten und zustimmen du hast gesagt Pfandsammeln das ist ja auch nicht seit Neuestem aber Pfandsammeln ist es ein Gewerbe in Deutschland und das musst du auch versteuern nicht nur dass du schon ich würde sagen deine Würde verlierst aber viele gehen dann halt eben echt in Mülltonnen rein und da rede ich nicht von denen an der Straße am Straßenrand oder an der Bushaltestelle die die Knie hoch sind wo du reingreifst nein die steigen in Abfallcontainer in Mansur Pfand wird besteuert und ich bin mal gespannt du sagst auch dass der Staat dich ja noch auffängt all das Armut da hast du ja bekommst du ja diverse Leistungen gezahlt ich bin mal gespannt wie lange das System noch aufrechterhalten wird aufrechterhalten werden kann weil ich glaube ganz stark genauso wie die Renten auch leer gehen die Rentenkassen leer gehen oder leer sind eigentlich genau wie die Krankenversicherung was da so alles läuft dass da einfach demnächst die nächsten Jahre Rambazamba sein wird Halligalli und Kasala genau das wird hier ablaufen weil wenn der Staat dich nicht mehr finanzieren kann wo soll es denn herkommen er versucht uns ja eh schon auszurauben das ist meine Meinung indem er so hohe Steuern verlangt aber auch du sagst Handwerker wer macht es denn noch da gab es doch vor ein Jahr vor zwei Jahren der ganz bekannt geworden ist der Schafsbauer Schafswollbauer der zu Recht gesagt hat manche wollen noch was mit der Hand anpacken sind handwerklich können nicht zu zehnt in einem Coworking Space irgendwo in Berlin hocken und dann die nächste Dating App entwickeln ja aber genau diesen Handwerkern wird es doch schwierig gemacht und genau dieser Mittelstand wo ja dann der Handwerk auch das Handwerk auch irgendwo zugerechnet wird wird ausgeraubt ja durch durch Maßnahmen durch Steuern es werden Sachen bewilligt an Großunternehmen da werden Sachen bewilligt und weitergeleitet Auslandskunden da wird gar nichts gehebelt gar nichts gemacht Amazon glaube ich die zahlen bis heute noch keine Steuern in Deutschland ja die haben hier bei uns in der Region glaube ich zwei Lager eins in Frankenthal eins in Kaiserslautern wie viele Lager haben die denn aufgebaut oder Elon Musk die Cyberfabrik in Berlin da wurden ja auch Steuerzugeständnisse gemacht bitteschön genau da fängt sie an hole ich ein Unternehmen rein was dann ein Arbeiter ein ganz normaler Lohnarbeiter 30.000 Euro im Jahr bezahlt brutto was noch versteuert wird da einfach Milliarden nochmal rein zu pumpen oder auch einfach die Milliarden an Hilfe die rausgeblasen werden für nix und wieder nix und dann brauche ich auch ach ich peter mich wieder rein bitte ich geb mal wieder an dich ab ja also das Interessante ist wir waren ja vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung und da waren Pärchen also eins von ich weiß nicht wie viele tausend Pärchen aber die waren eben da und haben so ihre Geschichte erzählt und die sind vor vier Jahren sag ich mal gestartet mit der Geschäftsmöglichkeit und also und zwar während Corona die sind auch Mitte Ende 50 sie war Eventmanagerin konnte natürlich während Corona ihr Geschäft überhaupt gar nicht mehr weiterführen ja also wirklich am Existenzlimit er war Vertriebsleiter aber durch das viele immer produktiver werden immer mehr Stress immer mehr immer weniger Mitarbeiter immer mehr Kranke hat er sich also hat er einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt also das ist auf der Arbeit zusammengeklappt musste ins Krankenhaus und von dort aus auch direkt dann in die Klinik und wusste einfach okay so sein Körper sagt hier an der Stelle nein und das kann ja auch eine Situation sein die passiert dass einfach körperlich nichts mehr geht weil man sich jahrelang in diesem Hamsterrad einfach so kaputt geschuftet hat dass der Körper fertig ist und das Leben vorbei ist wenn man so weitermacht und die beiden mussten eine Entscheidung treffen und haben die Entscheidung getroffen und haben sich jetzt wirklich erarbeitet dass sie mehr verdienen wie beide bei ihrem Hauptjob und die sind noch lange nicht am Ende angekommen die sind super quick fidel und natürlich total motiviert auch hier noch weiter zu machen und sich wirklich die Rente komplett zu sichern und sagen es konnte ihnen nichts besseres passieren wie das und für sie war es die einzigste Chance weil sie war Eventmanagerin wie gesagt sowieso schon selbstständig er konnte nicht mehr zurück in den Job schon mit 58 oder was der war dachte er was soll ich denn jetzt machen wo finde ich denn jetzt nochmal einen Job und die haben sich hier wirklich die Chance genutzt hier sowas Geniales aufzubauen und wie gesagt können das komplett an ihre Eltern an ihre Kinder und Enkelkinder vererben also das ist einfach wirklich grandios weil man darf auch eins nicht vergessen das Thema Corona Unterstützung ist ja bis heute noch nicht vorbei sage ich mal weil alle die die wirklich selbstständig sind oder waren zu dem Zeitpunkt muss man auch leider sagen haben saftige saftige Nachzahlungen bekommen ich glaube es war Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres wo ich von vielen gehört habe bekannten von uns dass die Rechnungen vom Finanzamt reingeschneit sind dass die Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen und zwar nicht hier hören sie mal 15.000 Euro zum Beispiel können wir da irgendwie mal ein Zahlungsziel vereinbaren können wir mal sprechen nein 15.000 Euro zum 30.000 ansonsten gibt es nämlich eine Mahnung und so kamen die Rechnungen der Corona-Hilfe rein und der Obergau ist ja noch von der Bekannten weiß ich das dass wenn jetzt jemand durch das Thema Corona in die Insolvenz getrieben wurde weil er einfach wirklich nichts mehr verdient hat und zugemachen musste dann zählt die Corona-Hilfe nicht in die Insolvenzmasse also das heißt wenn jemand in der Insolvenz ist und sagt okay es ging leider nicht anders und ich muss da jetzt durch muss er trotzdem diese Corona-Hilfe zurückzahlen egal wie und das ist natürlich auch schon wieder ein krasser Schlag ins Gesicht für viele Leute jetzt auch so dieses Jahr natürlich gewesen weil man hat sich vielleicht jetzt gerade mal wieder gefangen nach den letzten vier Jahren und jetzt kommen da die Rechnungen und man weiß schon wieder nicht wo man anfangen soll ja und genau das ist es da sind viele Fehler passiert wo sich eigentlich auch gar nicht darum gekümmert wurde dass das irgendwie Corona-Hilfen ausgezahlt wurden an Leute die sie gar nicht hätten bekommen dürfen oder wo auch die ganzen Teststationen die Fehler passiert sind die hätten gar nicht passieren dürfen aber passiert sind aber wehe du dass du nicht übermorgen deine 15.000 Euro Corona-Soforthilfe auch sofort wieder zurückbezahlst sehr anmaßend aber ich habe hier ich will es ja auch langsam zum also nicht zum also das Thema wird lange nicht Schluss sein weil das ja fortlaufend ist und auch man sich ständig halt eben auch mal ja reflektieren muss wo steht man gerade aber auch hier vielleicht noch eine Zahl zum mitnehmen für die findigen Hörer und Hörerinnen Hörerinnen die Digitalisierung in Deutschland auf das VRG gehe ich mal weiter ein weil das dann noch zu lange dauern würde Digitalisierung und Automatisierung laut einer Studie von McKinsey Global Institute können bis 2030 rund 10 bis 20 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland durch Automatisierung und Digitalisierung wegfallen das bedeutet insbesondere sind gefährdet die Jobs im Bereich der Verwaltung der Produktion und des Handels also Produktion braucht man Handel Verwaltung gut ist jetzt so ein Ding ja dies betrifft auch vor allem ältere Arbeitnehmer die in diesen Branchen tätig sind deswegen wie zukunftsträchtig ist dein Job und ich sage so wie es ist setz dich mit uns auseinander mit unserem Angebot was wir besprechen können und alles weitere würde ich nicht dem Zufall überlassen sondern vielmehr deiner eigenen Manpower deinen eigenen Willen und dass du halt eben nicht hier 1200 Euro Rente hier steht es nochmal 1200 Euro bei den Männern 900 Euro bei den Frauen wahrscheinlich noch durchaus weniger Rentenkasse sind leer woher nehmen wir nicht stehlen also macht euch Gedanken Jenny hat auch vieles sehr gut auf den Punkt gebracht ich wollte noch was ergänzen und zwar ich denke schon dass viele Menschen am Umdenken sind und auch selbst wenn unsere Möglichkeit für euch nichts ist hört es euch auf jeden Fall an sucht euch was anderes ich habe mit einer Freundin heute Morgen telefoniert und die sagte ey hast du das gesehen von so einem beliebten Coach also von Tobias Beck ich kann es ja sagen so es ist ist einfach einer meiner Favoriten Coaches der hat einen Zoom gegeben zum Thema Kryptowährung wo er einfach also natürlich wie alle investiert er in mehrere Ströme das eine ist Krypto das andere Immobilien wie es bei allen eigentlich ist auf jeden Fall hat er gesagt er will seiner Community was zurückgeben und lädt den Fachexperten ein der also sein persönlicher Fachexperte wo er mit dem zusammenarbeitet der darüber sprechen wird und ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt hatte keine Zeit aber meine Freundin und die sagte Mensch der hat du musst dir das angucken der hat dasselbe gesagt wie du immer sagst mit der Digitalisierung das geht immer voran und wir müssen was tun und sie ist jemand der wirklich nichts 0,0 mit Network und so oder auch nicht mit Digitalisierung mit gar nichts was zu tun hat und das zeigt mir aber wieder die Menschen fangen an umzudenken und Leute es ist wichtig umzudenken und wenn du Best Ager bist dann muss dein Leben jetzt noch nicht vorbei sein und man muss noch nicht darüber nachdenken in 20, 30 Jahren in die Kiste zu fallen und die Klappe ist zu sondern du hast wirklich nochmal die Chance dein komplettes Leben umzukrempeln nochmal kostenlos zu reisen Produkte zu benutzen die dich einfach jünger nicht nur dass du jünger aussiehst sondern auch fitter und vitaler bist also du hast wirklich hier alle Chancen ich kann es nur empfehlen meldet euch bei uns und dann schauen wir einfach mal was draus wird genau also nochmal nicht nur die Best Ager sondern es ist jeder willkommen auch egal was deinen Lebenslauf hergibt jeder hat eine Chance verdient vor allem hat jeder auch eine Chance verdient dem Ganzen zuzuhören also sich selbst mitzuteilen und ja bis dahin bis zur nächsten Episode bis dahin genau ciao ciao bis zum nächsten Mal